Ihr werdet sehen, das wird eine ganz andere Kampffinale werden. Wir sehen jetzt noch einmal mit dem zweiten Tromz, den Momello Mons. Also schon mal so seine Aussichtung, die über 20.000 sind echt anstrengend. Der macht uns nur für euren Applaus. Wenn er sich schnell bewegen soll, dann muss er ein bisschen mehr kommen. Also nochmal, Sturm Mons. Und sein Gegner ist unser Provokator, zu erkennen an etwas anderer Rüstung. Er hat einen großen Rüstung, einen anderen Helm. Jedenfalls ein Kurzschwert und ein großen Schild. Das ist Polos. Uuuuh! 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 Und Karte! Und wenn du sie mit seinem Gegner aspett hast, die einfach nicht verlassen werden. Da geht's! Rund, 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 starte! Rund, rund, rund! Rund, 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 rund! Klai! Startig! Die Doppel-Hoppa? Ja. Technisch nicht sonderlich. Das sehen wir nicht. Und noch mal. Sieg oder unsieg? Spungnase! Startig! Da kommt der Ausgleich gewollt! Spungnase! 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 Vielen Dank.